Hallo, hier ist Simo Hampel wieder. Ich will was an meinem Zugriff aussieht. Also jetzt arbeite ich gerade von Sport und Inklusion arbeite. Ich weiß nicht, keine Ahnung hier was fährt, mein Zugriff weiterbringt. Das weiß ich nicht. Hier bräuchte ich sicher einen Plan B. Ich habe Schuhablos nachholen, warum ich das tue. Ich werde einen Ausbilderberuf. Ich habe zwar in zwei Prats bekommen, einen Ausbilderberuf braucht. Einmal bin ich Hannover Janssen, einmal Polizei Hamburg gemacht habe. Ich werde sportlich bleiben. Das ist meine Zugriff 1 mit G, wenn ich einen Ausbilderberuf mache. Das ist mein Willen. Mein Zugriff immer sportlich bleiben, weil mein Beruf nachgehen will. Ein Pratsist werden will, wo ich einen Ausbilderberuf brauche, wo mein Zugriff denke, was wird. Wenn ihr mehr Tipps von mir habt, kann ich mein Portal schreiben, in YouTube schreiben. Ich kann das Leben aber brauchen. Und ich will sagen, ich wünsche euch lesen. Einen schönen Tag. Unfalleierbar. Unfalleierbar.